Berlin, Mercedes-Benz Arena, Köln, Lanxess Arena, mit Abstand die beiden größten Hallen der Bundesrepublik Deutschland. Wir stehen kurz vor Sold-Out, Freunde, und möchten euch darauf hinweisen, dass wir uns unfassbar darüber freuen, dass wir diese beiden großen Gewerke mal wieder ohne große Partnerschaften, ohne irgendjemanden, der uns dann reinredet oder sonst was durchgezogen haben und durchziehen werden. Und in dem Moment auch unserem Management, unserem Bukakai und so weiter, unserer ganzen Krumm, unserem Team, letzten Endes auch euch natürlich Danke sagen möchten, dass diese beiden Crews wieder zu gelingen scheinen. Wir erwarten noch weit, weit mehr Leute, als es in Frankfurt der Fall war. Ich glaube, Freiwild kommt, ist zurück. Freiwild war nie wirklich weg, aber hat einen Haufen Schub mit dabei und den werden wir euch spielen lassen. Also, kommt vorbei, sichert euch noch die letzten Tickets für die beiden Shows von Köln und Berlin. Und lasst euch überraschen, es kommt noch ganz, ganz Großes auf euch zu. Eure Band, Freiwild. Allein davon, der Schatten eurer kranke Welt, doch wer uns ewig stur bedroht, macht uns nicht tot. Dankeschön! Dankeschön!